Mandalorian Staffel 3 Folge 6 ist nun gestartet, auf Disney Plus erschienen. Zu Folge 5 kam leider nichts. Das lag an Los Angeles und einem Lebensereignis, was wir jetzt erleben durften. Aber lasst uns direkt über Folge 6 sprechen. Die Söldner heißt sie. Sensible Verfechter, Verteidiger oder auch sonst irgendwelche treuen Mandalorianer sollten jetzt lieber abschalten, denn wir haben heute ein bisschen Abrechnung vor uns. Denn Mandalorian Staffel 3 Folge 6 hat uns definitiv nicht überzeugt. Es ist, ja, wir sind auf Kriegsfuß mit der Serie, leider Gottes. Aber nicht nur wir sehen das so. Wir haben auch mal bei IMDb nachgeschaut. Das ist so eine Filmbewertungsplattform und die Durchschnitte der Staffeln berechnet. Staffel 1 hat einen Durchschnitt von 8,4 von 10, Staffel 2 hat einen Durchschnitt von 8,8 und Staffel 3 von 7,6 bisher. Und diese Folge scheißt da nochmal rein mit ganzen 6,8 von 10 Punkten. Das heißt nicht nur wir sehen das so, obwohl es natürlich eine Clone Wars Mission ist. Also das darf man nicht vergessen, es ist eine Clone Wars Mission. Wir sind große Clone Wars Fans. Viele YouTuber, auch Kollegen von uns sagen, ja, das ist eine Clone Wars Folge. Die Clone Wars Fans kommen auf ihre Kosten, sehen wir. Komplett anders. Das ist nichts anderes als trashiger Spaß auf Kosten der Story. Und das Ganze beginnt schon völlig abstrus mit einer Romanze zwischen einem Crowen, einer weiblichen Crowen und einem Mon Calamari, die irgendwie eine Affäre miteinander haben. Eine sehr kindische Affäre, so wird es uns genannt, glaube ich. Und letztendlich ist die dieser Anfangsbereich nur dafür, die Mandalorianer irgendwie anzukündigen. Also diese Söldnergruppe, mit der Bukatan ehemalig zu tun hatte. Ist ein bisschen komisch. Kleines Easter Egg an der Stelle, das ist Greef Kargas Auftrag aus Staffel 1, den Mendo abgelehnt hat. Nett an der Stelle, hilft uns aber nicht weiter. Das ist sozusagen der Anfang. Und ja, mehr bringt das alles nicht. Es wird eigentlich nur eingeführt. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schade. Und genau, ich glaube, also wir hätten uns dann gewünscht, dass es eigentlich direkt mit der Story weitergeht. Der Flug dann zu Plasir 15, das ist ein neuer Planet, wirkt dann erstmal okay. Es ist erstmal in Ordnung. Also bis dahin war es noch nicht zu schlimm. Wie gesagt, die Crowen-Geschichte ein bisschen komisch. Bisschen. Cooler Callback, aber ansonsten. Ja, und dann kommen wir zu dieser Sidequest, die uns ein wenig von der Story abschweifen lässt. Was extrem schade ist, wenn wir bedenken, dass es nur noch zwei Folgen gibt, die jetzt alles für die gesamte Geschichte zusammenfassen müssen. An der Stelle gab es dann einen Cameo-Auftritt von Jack Black und Lizzo. Lizzo kannten wir vorher auch nicht. Kennt ich nicht. Jack Black kannten wir. Ja, ich weiß nicht, Cameo-Auftritte sind vor jetzt das neue Eins. Denn wir haben auch Christopher Lloyd aus Back to the Future. Ich glaube, der ein oder andere wird ihn kennen. Wie gesagt, Sidequest. Die Droiden drehen durch. Sie müssen jetzt herausfinden, was jetzt mit diesen Droiden in dieser Stadt los ist, weil die Bewohner kommen nicht ohne diese Droiden. Klar, was wir cool finden, ich meine, B1, B2 Droiden zu sehen im Live-Action-Segment ist schon cool. In dieser Masse vor allem. Hätte ich auch nie gedacht, dass wir das mal so sehen werden, ne? Ne, vor allem so den B2 Droiden dann so laufend zu sehen, war mal was Besonderes. Aber da fragt man sich dann, egal ob das jetzt was für uns Clone Wars Fans ist oder nicht, ist es schade, dass die Story dafür so angehalten wird. Im Endeffekt bringt das einfach nichts, das jetzt in dieser Stelle, in diesem Zeitpunkt von der Serie zu sehen. Dann müssen sie zu Arknats gehen. Ja, das ist, ich habe gesprochen, ne? Das ist mit Quill und dann funktioniert das. Ich kenne ihn auch. Ja. Zufällig kennen sie Quill. Ja, es gibt fünf Arknats in der gesamten Galaxis. Um die Story dann zusammenzuschließen, der Sicherheitschef hat die Nanodroiden in die Getränke gemischt. Da passiert noch einiges mit einem Laser und dann muss er das Dunkelschwert benutzen. Und ich glaube, was uns dann auch nochmal enttäuscht hat, beziehungsweise was uns auch nochmal so gewundert hat, ist dann, dass der Mandalorianer jetzt wieder so einen Hass auf die Droiden hat, was wir ja eigentlich in dieser Staffel gedacht haben, dass es nicht mehr der Fall ist. Er wirkt allgemein jetzt auch in dieser Folge ein bisschen eindimensionaler, als sie zum Beispiel ankommt, direkt dieses, ja, müssen wir uns jetzt wieder durchkämpfen, wie so eine Actionfigur, die reingeworfen wurde, wo, ja, ich weiß nicht, durch Shuffle 2, auch wo er den Helm abnimmt, man hat eigentlich einen riesigen Charakteraufbau, er war mehr als dieser Actionheld. Auch mit den Tastenräubern, er redet ja mit denen, er ist ja gerade eben nicht der Typ, der sich einfach mit dem Kopf durch die Wand durchkämpft, ne? Das wirkt halt alles sehr... Anders, anders als es ja, als es eigentlich hätte sein können oder sollen. zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte. Deswegen auch diese Folge war komisch. Ja, also letzten Endes hat es uns einfach nur verwirrt, weil wir am Ende dachten, ja, ist das jetzt Mandalorian oder ist das jetzt ein Paralleluniversum, in dem wir uns befinden? Und ja, es war vielleicht schön optisch anzusehen, der Planet war schön bunt irgendwie, es sah ein bisschen toll aus, aber man fragt sich letzten Endes doch, reicht es jetzt für die Story, dass man das so sieht? Dass man jetzt wirklich einen Aussetzer macht? Und ich finde das immer ganz furchtbar, wenn Leute dann sagen, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Was heißt das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Es ist eine Folge, rein zu trashen, story-technisch, und dann zu sagen, es ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Das wurde uns bei Bad Batch auch häufiger gesagt, kein Verständnis an der Stelle dafür. Und es muss noch viel passieren. Wir müssen jetzt irgendwie den Feind langsam mal eingestellt bekommen, ne? Also es muss langsam mal motiviert werden, gegen wen kämpft denn jetzt der Mandalorian? Gegen wen kämpft denn diese Truppe jetzt? Wir wissen bis jetzt nicht wirklich, wer der Gegner ist, ne? Ne, wir haben jetzt natürlich diese ganzen Hinweise auf Moff Gideon. Ja, wir haben viele Hinweise aus Rebels, jetzt Garazep Aurelius, die Pergels, die aus dem Hyperraum reisen. Das spricht vielleicht ein bisschen in Richtung Thrawn, ne? Wir hatten ja auch schon das Crossover mit Ahsoka für eine Folge. Und wir wissen ja auch, die Ahsoka-Serie kommt dieses Jahr raus. Also die Zeichen stehen gut, dass es vielleicht auch was mit Thrawn zu tun hat. Aber es kann ja jetzt nicht sein, dass eine ganze Mandalorian-Folge oder eine ganze Staffel Mandalorian jetzt wieder irgendeine andere Serie motiviert. Das hatten wir bei Book of Boba auch schon. Das hat Book of Boba schon gemacht mit Mandalorian. Und es kann jetzt nicht sein, dass das jetzt hier auch passiert. Wir haben nur noch zwei Folgen. Und da muss so viel passieren. Warum hat man die Story nicht einfach aufgenommen? Warum hat man mit dem Mythosaurier das nicht geklärt? Es gibt noch so viel zu tun. Moff Gideon ist irgendwie weg. Man hat diesen zerstörenden Lambda-Shuttle gesehen. Man fragt sich einfach, haben sie nicht genug Stoff, den sie jetzt schön verarbeiten können? Oder warum halten sie jetzt, hatte da irgendjemand einen Wunsch, jetzt noch diese Story durchzudrücken? Nett anzusehen. Reicht vielleicht für einen Comic. Sagen wir nichts. Fein. Aber wir wundern uns einfach und sind echt verwirrt, dass für sowas halt so ein Budget draufgeht. Es ist einfach nur, es ist eine unnötige Aufschiebung. Und auch, dass das Dunkelschwert an Bo-Katan übergibt, ist eine noble Geste und auch super, super toll umgesetzt. Hätte man aber auch schon in Folge 3, glaube ich, mit dem Viech, dieses Grievous-Viech, dieses Viech, was den halt festnimmt. Da hat er das Schwert verloren. Es hatte dem Viech quasi gehört, rechtmäßig. Und Bo hat es sich genommen. Also da hätte man ja schon jetzt die Brücke schlagen können. Dass das jetzt halt erst passiert, ist halt irgendwie wieder so, cool, dass es jetzt passiert ist, keine Frage. Aber es wirkt einfach wieder deplatziert. Und der ganze Vorgeplänke mit den Ruinen hat halt nichts gebracht. Ja, so ist es. Also um es zusammenzufassen, wir haben bisher wenig Kritik geäußert. Und an der Stelle sind wir aber rückblickend ein bisschen enttäuscht, kann man sagen, von dieser Folge. Schön und gut, Droiden. Aber warum muss man so eine Sidequest, warum muss man zwei Folgen, bevor es quasi zum Finale geht, ja, dieser Aussage treffen, Ruhe vor dem Sturm. Man hat jetzt nochmal einen Filler, den man reinknallen muss. Und ja, deswegen auch die schlechten Bewertungen. Wir haben es überall im Internet lesen können. Es sind tausende Bewertungen. Es sind tausende Bewertungen. Also diese Staffel ist von der Qualität, vor allem der Geschichte, würden wir sagen, was man ja auch erkennen kann, auf jeden Fall runtergegangen. Penn Pershings Folge haben wir beide super cool gefunden. War ein bisschen Endor, ne? War ein bisschen Endor, genau. Aber hat im Endeffekt auch Mandalorian seinen Platz weggenommen, zum Beispiel eben Gideon richtig einzuführen. Und ja, das muss jetzt auch abgehandelt werden. Also wir haben jetzt so viele Dinge, der Myrhosauri dann noch vorkommen muss. Also eigentlich ist es für die zwei Folgen nicht genug. Die Mandalorianer, Thrawn, Gideon, die neue Republik, die irgendwo dazwischen steckt. Was cool war. Ein cooler Ansatz, das so zu verfolgen. Aber letzten Endes enden wir da in einer absolut schwierigen Situation. Also wir haben jetzt zwei Folgen. Die gehen dann, was weiß ich, 40 Minuten, wenn wir Glück haben. Vielleicht sogar weniger. Und es muss noch so viel erzählt werden. Warum haben die sich gedacht, ja, wir haben noch eine Folge, die müssen wir noch füllen. Wir haben nicht genug Storys. Und das macht es natürlich nicht besser. Die Kritiken gehen wirklich gen Keller. Also Keller nicht. Es ist immer noch verkraftbar. Aber es gibt immer auch schlechtere Produkte. Book of Boba. Kenobi war auch schlechter. Kann man nicht anders sagen. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass Mandalorian jetzt gut ist deswegen. Nur weil es auch mal schlechte Star Wars Sachen gab. Und ja, die Gründe sind klar erkennbar. Wir haben keinen richtigen Gegner. Musik ist auch immer so ein Ding jetzt irgendwie. Es transportiert einfach nicht mehr dieses Gefühl von dem, ja, das ist der Weg mäßig so. Das ist die Mandalorianer. Das fügt alles so ein bisschen Hülle. Also es ist die Hülle, aber es lebt nicht mehr so, wie es mal gelebt hat. Also wenn ich bedenke, Staffel 1, Staffel 2, wie gehypt wir da waren, wie gut. Staffel 2 war besser als Staffel 1, auch im Durchschnitt. Das Staffelfinale von Staffel 2 war großartig. Wie wollen sie das jetzt noch ordentlich machen? Und ja, wir sind gespannt. Wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt in Zukunft, lasst gerne ein Abo da. Wir belichten die schlechten und positiven Sachen. An der Stelle, sorry, dass es jetzt das Negativer war, aber wir können ja auch nichts dafür, wenn es uns einfach nicht gefällt. Drückt trotzdem, wir drücken trotzdem die Daumen. Jetzt für die nächsten zwei auf jeden Fall. Aufschwung gibt. Und wenn nicht, ja, dann machen wir die Talfahrt weiter mit. Bis ganz nach unten und noch viel, viel weiter. Wir sind nämlich jetzt im Finale und das heißt, gespannt abwarten. Ab jetzt darf sich Bad Batch, äh, Bad Mandalorian, keine Dinger mehr. Dann würde ich sagen, sind wir ja am Ende. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Bis dann.